Den Fonds gibt es, weil wir Anregungen schaffen wollten, aktiv zu werden. Wir wussten immer, es gibt viele gute Ideen, um Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam Aktion zu haben. Denn gemeinsames Erleben zeugt auch Chancen von Integration. Und wir wollten den Vereinen, die da auch Ideen haben, die Möglichkeit geben, ein bisschen Anschubfinanzierung zu bekommen. Ja, wir sind die Fester-Lotzi-Schule, eine Förderschule mit Schwerpunkt Lernen in Langenhagen. Und das ist die Abteilung Welt der Bücher, eine Schülerbücherei von Schülern für Schüler. Dann können sich Schüler Bücher ausleihen oder hier lesen. Da gibt es Kinder, die können nicht lesen und schreiben. Das müssen wir nur für die vorlesen. 2. und 3. Klasse können die ein bisschen lesen. Wir helfen denen sogar. Ja, wir haben einige Schüler, die gehen ins Altenheim, ins nahegelegene Altenheim, und lesen mit den alten Leuten. Die freuen sich doch echt über, wenn wir ihnen was vorlesen. Dann fragen die sofort, ob wir nächstes Mal wiederkommen. Ich bin auch erst seit 2 Jahren hier in Deutschland. Ich kann auch nicht so gut lesen und schreiben. Deswegen mache ich mit denen auch, dann lerne ich auch was. Das Lesen hier wird schon besser. Ja. Weil hier muss man viel lesen. Auch die Bücher, die muss man schon kennen. Also ich lese jetzt viel mehr irgendwie. Klappen tut richtig gut. Also dafür braucht man auf jeden Fall Geld von außen, weil diese Menge an Büchern wäre nicht möglich gewesen, die aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Die helfen mir, ich helfe denen auch. Wir nennen unser Projekt Sprache verbindet. Sprachlosigkeit grenzt aus. Es ist ein Sprach-Paten-Projekt. Ich habe etwa ein halbes oder dreiviertel Jahr lang mit einer irakischen christlichen Familie Deutsch gelernt, bis dann Volkshochschulkurse ihnen ermöglichten, dort professionellen Unterricht zu bekommen. Und deswegen ging das erst nur so über Begriffe und Zeichensprache. Und da sie aber ganz helle sind, ging das also wirklich sehr schnell. Und man konnte richtig von Mal zu Mal merken, wie sie gelernt haben. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, hat mich selber erstaunt, vor welchen Problemen unsere Migrantinnen häufig stehen. Wir brauchen Arbeitsmaterial, wir machen gemeinsam Unternehmungen. Also wir waren im Laufe des Jahres 13 Paten. Und diese Paten und Patinnen haben im Laufe des Projektzeitraums etwa 30 Menschen unterstützt, begleitet beim Erlernen und Gebrauch der deutschen Sprache. Wir sind also wirklich sehr willig und auch froh über alles, was sie lernen. Für mich war es eine sehr, sehr kostbare Erfahrung, wie wichtig es ist, dass unsere Migranten Sprachpaten oder überhaupt Bezug zu Einheimischen hier bekommen. Das heißt, wenn wir wissen, dass wir zunehmend auch ein Einwanderungsland werden, also mit zu immer wieder neuen Menschen, die hier herkommen, klarkommen müssen, dann müssen wir eine Kultur entwickeln, die es möglich macht, dass die, die neu kommen, lernen, wie geht das hier eigentlich? Was sind die Spielregeln, um auch klar zu kommen? Umgekehrt, wir müssen eine Gesellschaft haben, die sagt, oh toll, wir kriegen auch neue Impulse. Denn es ist auch positiv, wenn immer wieder auch neue Ideen dazukommen. Und das muss sich miteinander einspielen. Und für uns in der Region bedeutet es auf mittelfristige Sicht auch, dass wir ein Klima haben, in dem Menschen kommen wollen, weil wir wissen, dass über, wie das so schön technisch heißt, natürliche Reproduktion, also wir haben nicht mehr genug Geburten, darüber wird es nicht funktionieren. Eine hat diesen Abend vorbereitet und gestaltet ihn und wir machen etwas gemeinsam. Wir haben zuerst zusammen gekocht, dann haben wir das natürlich auch verköstigt. Und mir hat das viel Spaß gemacht hier, auch die Menschen, die Frauen und ihre Geschichten kennenzulernen. Ja, es war sehr multikulturell und sie haben sich gegenseitig verstanden. Sie haben gemerkt, dass es auch andere Frauen in ihrer Lage gibt. Das Projekt hat den Frauen sehr viel gegeben. Sie waren halt nicht mehr alleine, sie kamen halt aus sich heraus. Durch das Geld der Region war es möglich, die Zugangsschranke so niedrig zu halten, dass auch jede daran teilnehmen kann, ohne sich zu fragen, kann ich es mir leisten. Ich hoffe, dass das weiter gefördert wird, damit die Frauen eben halt aus der Isolation von zu Hause auch rauskommen. Das hat den Sinn bei weitem übertroffen, finde ich. Also das Projekt hat den Frauen sehr viel gegeben. Das Ziel war, dass die Jugendlichen auch merken, dass kulturelle Praktiken, die früher praktiziert wurden, heute überhaupt nicht mehr plausibel sind. Wir haben etwas über unsere Kultur gelernt. Sie merken, dass sie nicht jede kulturelle, unsinnige kulturelle Praktik, die in ihrer Herkunftskultur besteht, dass sie das weiterführen müssen. Also wir haben viele Proben gemacht, wir haben getanzt, wir haben gesungen, wir haben uns für den ersten Auftritt vorbereitet. Einfach überhaupt erstmal zu wissen, was ist deine eigene Kultur und dann das den anderen Leuten beizubringen. Und vielleicht auch Leuten, die ihnen vorschreiben möchten, dass sie so leben müssen, dass sie das begründen können, warum sie nicht so leben müssen. Ich wusste manche Sachen auch nicht. Es ist wichtig, dass sowas gefördert wird, weil in den Medien sehr große Vorteile bestehen, dass die Jugendlichen in der Lage sind, sich dagegen zu wehren. Ich habe mehr erfahren, mehr gelernt über unsere Kultur. Das Geld der Region war sehr wichtig für uns, weil sonst hätten wir nicht die finanzielle Kraft gehabt, so ein Projekt zu realisieren. Integration bedeutet jedenfalls nicht Anpassung oder nicht Alleinanpassung, sondern Integration bedeutet natürlich, dass man sich in einem Umfeld zurechtfindet. Was ich mir wünsche, ist, dass eigene Kultur durchaus erhalten bleibt, dass man aber auch die andere Kultur akzeptiert. Also, dass wir, wir müssen miteinander leben, friedlich miteinander leben, gemeinsam miteinander leben, bedeutet eben immer auch Respekt vor dem Gegenüber, den man braucht. Und bedeutet auch, dass man auch anders sein anerkennt. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass eine Gesellschaft ein Basisregelwerk hat, in dem sie sich verhält. Das Projekt hieß Vorbilder. Was du kannst, kann ich auch. Ich habe andere Leute interviewt. Menschen mit Migrationshintergrund, die zum Beispiel Anwalt oder Arzt geworden sind. Ich fand das so schön, was die Leute da erzählt haben, was die alles so gemacht haben, wie sie das dahin geschafft haben. Die haben sich da immer reingehängt. Da lernen junge Menschen, wie sie sich eben mit ihrem Migrationshintergrund wohler fühlen können oder wie sie bestimmte Sachen anders machen können. Und daraus wollen wir jetzt eine Broschüre machen. Also, die Jugendlichen haben da nicht nur gelernt, wie man Texte aufbereitet, sondern auch ihr Deutsch verbessert und ihre schulischen Leistungen teilweise erheblich verbessert. Und das wäre so sonst nicht möglich gewesen. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Also, durch diesen Projekt bin ich auch offener geworden. Also, ich habe gelernt, auf Menschen zuzugehen. Und auch im Unterricht konnte ich das anwenden, weil ich neue Wörter dazugelernt habe und auch bessere Sätze formulieren konnte. Integration ist daran, dass eben junge Menschen lernen, was könnten die Stolpersteine sein auf dem Wege zum Beruf. Die hatten ein Ziel. Ich fand das gut. Und ich glaube, manche davon, die haben sich das auch so im Kopf so reingebracht und haben gesagt, das wollen wir auch machen. Das finden wir toll. Zum Beispiel ich auch. Hier bei dieser Veranstaltung stellten wir unsere Arbeitsgruppe über generationenübergreifende Begegnungen vor. Heute hatten wir halt die Gelegenheit, hier im neuen Rathaus die Ergebnisse zusammenzutragen, darzustellen. Es ermöglicht uns auf jeden Fall als Multiplikator zu dienen, der Bevölkerung weiterzutragen, was Migranten für Potenziale haben, was wir erreichen wollen und vor allen Dingen, was wir fordern für die Zukunft. Und dass wir versuchen, halt diesen Möglichkeiten, was da in Stadt Hannover und die Schulen anbietet, einfach die Zielgruppe weiterzugeben. Man muss Migranten darauf aufmerksam machen, dass sie eine Stimme haben. Es waren viele Menschen hier, auch viele verschiedene Menschen und die haben, glaube ich, sehr verschiedene, aber sehr gute Beiträge gehört. Ich hoffe, dass der Rat unsere Forderungen aktiv behandelt wird. In Hannover und in der Region leben Menschen aus 172 Nationen. Wenn man das heute gemacht hat, also einmal geschaut hat, was haben die erreicht und zum anderen ich eben einen Wunschkatalog bekommen habe, was ja zeigt, was noch nicht erreicht wurde und wo man noch hin will, dann ist das schon eine Menge. Ich erhoffe mir natürlich, dass vielleicht einige hier heute sich das zum Beispiel nehmen. Deutschland hat Gott sei Dank immer noch eine ganz große Bereitschaft, dass sich Menschen engagieren wollen, dass sie sagen, wir wollen in unserem Umfeld auch aktiv sein, wir wollen das mitgestalten. Und das kann man mit so einem Projekt ein bisschen stärken und fördern. Und zwar in einem Bereich, wo wir anders als die klassische deutsche Kultur ist ja eine Vereinskultur. Die hat dann eine lange Geschichte, da gibt es ganz viel, das ist mühsam und das ist in diesen Bereichen schwieriger zu implementieren. Und von da ist das einfach toll und wenn man die Projekte sieht und die Ergebnisse sieht, dann ist das richtig gut angelegtes Geld. Ich bin Paula und bin hier beim I Can Do und mache da mit. Wir laden Kinder ein, innerhalb von fünf Tagen verschiedene Sportarten kennenzulernen. Ja, es macht Spaß. Die sind immer ganz begeistert. Der Sport dient uns hier als Mittel, um die Kinder in Kontakt zu bringen. Kann man Freunde finden. Unser großes Ziel ist, dass hier die Kinder aus den verschiedenen Milieus miteinander in Kontakt kommen, sich kennenlernen, voneinander lernen, etwas übereinander erfahren, gemeinsam auch Sprache sprechen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass Kinder dazu kommen können, die sich vielleicht sonst zu solchen Veranstaltungen nicht trauen. Somit haben wir also auch ganz zahlreiche Kinder aus schwierigen sozialen Milieus erreichen können, die sonst den Weg in dieses Camp wohl nicht geschafft hätten. Also insofern ist das glaube ich auch nötig, dass es solche Angebote gibt. Ich habe aber das Gefühl, dass eben die Freundschaften nachwirken und mit Sicherheit auch das Gemeinschaftsgefühl und auch das Gefühl, sozusagen gemeinschaftlich was auf die Beine zu stellen. Also so viele Kinder zu erreichen, das werden am Ende weit über 400 Kinder sein über das ganze Jahr, das hätten wir ohne diese Förderung nicht erreichen können. Würde ich nochmal machen. Was wirklich toll ist, was wir am Anfang auch nicht wussten, ist wie vielfältig die Projekte sind und welche Ideen umgesetzt werden können. Für jedes einzelne Projekt relativ wenig Mittel, 150.000 Euro insgesamt. Es ist ja nicht für ein Projekt, sondern es sind ganz, ganz viele Projekte. Und wenn man dann sieht, wie die, die mitgemacht haben, davon berichten, die strahlenden Augen sieht, sieht, was die Wertschätzung ausgemacht hat, dann ist das richtig gut angelegtes Geld, weil es exakt die Menschen miteinander in Verbindung bringt, neue Kontakte schafft und weil es auch eine Wertschätzungsfrage ist für die Arbeit, die geleistet wird. Ich möchte die deutsche Kultur auch mit vielem anderen zusammen verbinden und nicht nur mit Bockwurst. Scheng, Scheng, Scheng! Wer hat gewonnen? Ja! Ja!